Moin Moin Bremer Lehrkraft! In diesem Video zeigen wir dir die Verwendung von Apple TV. Es kann dein Bildschirm auf ein Beamer oder auf ein Display übertragen. Apple TV ist diese kleine schwarze Box. Um sie zu benutzen, brauchst du zumindest für Apple Produkte keine zusätzliche Software oder App. Sie empfängt kabellos Bildschirminhalte wie Fotos, Texte, Animationen und Filme von Laptops, Tablets oder Smartphones und sendet diese Informationen an Beamer oder Displays. So kannst du deinen Bildschirm der ganzen Klasse zeigen. Zunächst gucken wir uns die Anschlüsse an. An der Rückseite der Box befinden sich Anschlüsse für ein Stromkabel, ein HDMI Kabel. Hier schließt du dein Beamer Display oder Panel an, ein USB-C Kabel für Software Updates und ein Eingang für ein Ethernet Kabel, um das Apple TV mit dem Internet zu verbinden. Hier sehen wir die dazugehörige Fernbedienung. Zum Anschalten auf die Home-Taste drücken. Nach dem ersten Einschalten in der Schule lockt sich das Gerät selbstständig in das Schulnetz ein und wird automatisch eingerichtet. Dann ist das Gerät bereit für die Übertragung. Um das sendende Gerät für den Einsatz vorzubereiten, aktivierst du Bluetooth und WLAN, wie hier beim Laptop oben rechts in der Leiste. Um deiner Klasse beispielsweise eine Präsentation vom Laptop zu zeigen, also deinen Bildschirm zu spiegeln, verwendest du die Schnittstelle Airplay. Hier wählst du das entsprechende Apple TV aus. Es erscheint ein vierstelliger Code, diesen in dein Laptop eingeben. Und schon ist die Verbindung hergestellt. Dein Bildschirm gespiegelt für die ganze Klasse. Die Spiegelung von Geräten mit einem anderen Betriebssystem wie Windows, Android oder Linux ist von Kalifornien aus nicht vorgesehen. Möchtest du ein iPhone oder iPad spiegeln, funktioniert der Vorgang ähnlich. Zunächst muss die Verbindung von dem einen Gerät beendet werden, also Airplay wieder deaktivieren. Auf dem iPhone wischst du von unten nach oben, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Auf Bildschirmsynchronisierung gehen und dann wieder das entsprechende Apple TV auswählen. Nachdem der Code eingegeben wurde, können nun gewünschte Inhalte präsentiert werden. Um den Bildschirminhalt eines Tablets zu spiegeln, öffnest du das Kontrollzentrum von oben rechts in die Mitte wischend. Wieder Bildschirmsynchronisation auswählen und den Code eingeben. Die immer wieder geforderte Codeingabe ist zwar etwas umständlich, verhindert aber, dass sich Geräte aus anderen Klassen nebenan oder vom Flur aus anmelden können, auch wenn das für die Schülerin sicherlich witzig wäre. name. Untertitelung des ZDF, 2020